so dann ach scheiße ich kann ja noch nicht übers wasser laufen ne du bist doch nicht moses ja du wirst bald moses in diesem spiel ich weiß ich habe ein st moos ein st moos hey da ist irgendwo ein tax adventure ja dann such es nur schnell ich warte hier ah man jump out of the water jump into the computer ok jump and fly away ja 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 wieso chaos lauf wat beendet das rennen kommt grad bei mir ich bin mitten in der pampano bei mir ist nicht angenommen jetzt bist du bei mir ja bei mir kam beendet das rennen ok ich will wieder aufstehen leute ich will aufstehen so ja aber normalerweise wenn ich doch in das ding rein rennen dann macht nimm das doch automatisch an also das ist mehr so dein spezialgebiet das kann ich immer noch nicht ist echt so 321 go rennen 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 und was machst du da hinspringen ja cooles auch ein Halt ich bin hinter dir okay und ich rede ich rede ich rede ich rede hinter dir her der 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 die Prozent so ich gehe mal auf die andere Fahrspur hallo zwei Fahrspur das Feuer das brennt egal das war eine Fahrspur gewesen du kannst du dich einfach die Fahrspur mit gesharen ist das noch nie von gesharten Fahrspuren gehört jawoll ich hab dich eingeholt jawoll jawoll er freust dich jetzt ich hab's davor nie geschafft jetzt mit dem Ohren recht doch doch du hast es auch schon mal geschafft ja ich hab's geschlafen ja drei Sekunden haben wir noch Zeit gehabt yay war das awesome everything is awesome ähm übrigens übrigens was bist du zufällig level up nein ich bin nicht level up ich steck dafür schon wieder oh ja da wir uns nicht zu und dann machen wir mal eine haupte und dann machen wir mal eine haupte machen wir mal ich kann ja auch nichts dafür ich kann zu vieles dafür das ist immer herr das ist so oh sechs Kills was Alter die die ist einfach geil cool jetzt auch oder was ach da ja die Polen zählen glaube ich so wir sind schon bitten in Stufe 2 aber da ist ja einer wenn ihr die einfriert habe ich noch was davon weil das ist genau deswegen nur ist dem fahr ich die Polen ja ja das sind die Polen ok ja du frisst mich an er nein mein jawoll das war's easy war das nicht easy ja es war easy jetzt müssen wir bestimmt wieder aufschiffen mit dem oder ja 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 trifft mich mit ah lol weißt du hier steht's Notsituation Kinsey etwas seltsames geschieht in der Simulation man wird dich angreifen bis diese Situation geklärt ist WTF können wir dich einfach lesen äh ja ja die war noch aggressiv schön so bin ich erstmal draußen halte ich habe diese Tattoo auch in der Wirklichkeit du draußen ja aus der Simulation draußen warum naja ich dachte wir sollten raus nein ich wollte jetzt Hauptperson machen au gut dann geh ich wieder rein ok warte ich weiß ja nicht was kommt warte 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 ok hau raus hau raus kommt da jetzt noch was I don't fucking know beseitig die grubian steel port also wir müssen hierher so ok dann geh ich wieder rein aber welche klone hier everything is cloned welche klone denn ich hier steht aber wo ich werde erstmal Bargeld wieder nehmen auch wenn ich angegriffen werde ja äh ich auch ich hab 264 alter entschuldigung ich bin mitten in ein ich sag mal Alter ja ähm jetzt ja so was jetzt Hallo Sid ok ok Sid wie wie wir die 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 warte doch mal ich wollte das gerade in pose stellen wobei warum du nur deinen Schlüpfer an hast würde ich auch gar mal wissen äh mh 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 Ich denk so, what, Alter, alles explodiert, du fliegst hundert Kilometer weit weg. Ich bin da. So, willst du? Du magst auch Sid eh gern in die Luft werfen. Wie fast. Leute, jetzt müssen wir wieder über die Kackbrücke, das muss doch gar nicht kommen erst. Abo. Hallo Relay, und tschüss. Okay, ich mach mal. Sit, 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 sit. Sit, ich has it. Wo bist du? Da vorne. Hier. Hier, 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 Richtung Wegpunkt. Ach ja, da müssen wir hin. Ich wollte ihn jetzt hochwerfen. Jawoll. Dann werfen halt. So. Und so fühlt sich das an, wenn man Sid in die Luft wirft. Willst du mich jetzt verarschen? Das würde ich gerade sagen, bei mir ist der immer noch da. I am not going to beg. Okay, fine. Oh, werf du ihn, der ist so blöd, um zu registrieren, dass der in der Luft ist. Okay, okay, ja, ich gebe ja mein Bestes. Wohin denn? Egal, in die Luft. Ich habe ihn einfach in die Luft gespissen und, nö, er hat es nicht registriert. Let us go. Okay. Let us go, let us go, let us go. Oh, das wird mit Schieglück sogar wieder passieren. Lol, da oben drauf? Ich hasse diese Dinger. Ach, da geht es doch einfach drauf. Einfach in ein Gebäude erstmal hochrennen und von Gebäude darüber springen. Oh, nö, du verdienstest du immer einfach, naja. Hier ist der nächste Relay. So, Relay down. Die auch down. Bist du Freund oder Feinde? Du bist Sid. Hallo, Sid. Where are all these old gang members coming from? Zinni, I think we're pulling data from somewhere. As with all the simulations, these manifest from the subconsciouses of the captives hooked into the machines. So, whose subconscious are we dealing with? Shanti says the mnemonic mapping fits the profile of Johnny. See, I told you Johnny was alive. I need to look into this, but I'll be in touch. Let us go. I am earning this date. Ich verdiene mir dieses date. Oh, yeah, das wird lustig. Oh, yeah. Der Typ, der war es wert, ja? Loll. Also, soll ich den mal wieder werfen, ha? Ja, ich glaube, das Ding ist... Ähm, Sid? Warum bist du jetzt dahinten? Sid, wir können doch über alles reden. Hallo? Der kommt schon wieder zurück, kommst du zurück. Ach, der kommt zurück? Ja. Wirklich? Der fliegt immer noch weiter. Oh, jetzt dann, ja. Jetzt fliegt er fort. Von allein. Oh, jetzt, da ist er wieder. Na, probier ich's nochmal. Ach, da oben rein. Nee, einfach in die Luft. Dachte ich. Ach, in den Schildgenerator. Oh, ich dachte, wir den Luft wirfen. Mein Fehler. Ich dachte erst auf die Dinger. Äh, Schildgenerator. Exklusiv. Ja, dann komm mal zurück. Ja, unser Fehler. Ich mach das jetzt. Wunderwoman. Mit dem Tentakelarm. Ja, bei mir geht erinnern. Scheiße. Ich will still be young, when you throw me into the generator. Scheiße, komm zurück. Alter, hast du mich gerade eingefroren? Nein. Also, Schildgenerator. Da. Jetzt lang ich eigentlich. Okay. Wofür war das? Keine Ahnung, ich wollte's einfach mal machen. Ah, fuck, ich fall jetzt runter. Ah, fuck. Keine Ahnung. Atacca. Die Aufwärmung. Jawohl. Soas. Gut. Deine Ahnung, ich bleibe. Was ich glaubst. Ich glaube, es ist ja, dass er hier ist. Du kannst, dass diese K criar nach rumst. Du kannst, die Technik bestellen. Du kannst, die Simulationen, exacerbe. Um, sicher. Ich werde, in die Relaysaunktion. Sooo Sooo This is the last relay I have found. After careful consideration I am firm in my intent to court Shondi. Court Shondi, huh? But I do not need luck. I am quite charming. And this shell offers a variety of options when it comes to... I love this. So sit Okay, I am curious but no. This is not the time of that discussion. You are right. It is best to wait until the shield generator turns itself off. Same as before. Just throw me into the shield generator. Cover me. Why do the Vice Kings have giant robots? What? What is this one here? I am a weird one here. Oh yeah. I have personality. I do not need to be killed. I could use weapons though. What? And have you still all my kills? One less... Just a bit longer. Almost done. I have to be killed. Yep. Oh! Das hast... Das hast du davon. Das hast du wirklich davon. Bist so'n Arschloch. Was hab ich getan? Erst einfrieren, dann töten, dann noch wegschubsen. Ja, ich mach ja hier Rabatzapa. Ich kann auch nichts dafür. Und tschüss. Was? What's next Kinsey? Now that the relays aren't confusing the signal, I can see the source of the influx. Sid will take you to it. Follow me. Follow me. Let's have fun of us. Oh! Oh yeah. Riesenportal. Riesenportal. I don't have time to explain this. Just pick them through and throw them into it. Give me the simplest explanation you've ever given. Alles drei, was reingehört. Was bei drei nicht offen. Alter! Dirk! Ich hab nichts gemacht grad. Ja, okay, jetzt glaub ich. Du! Alter! Hab ich mich eingefroren? Jep! Jep! Und er ist weg! Ups! Hast du den? Mein Klon. Alter! Fick dich! Äh, wie krieg ich ihn nun mal an der Wand? Stopp! Hier, leh. Hast du gemacht. Irgendwie. Äh, was? Alles gut! Ich weiß schon, ob du was schon machst, aber... Bist du noch da, oder nicht? Äh, ich bin da. Ich... Hat nur weh gedauert. So. Jeder einer. Ja, ich bin dabei. Oh! Jetzt dann. Was? Verstehen. Was? Willst du mich verarschen? Er ist durch! Jetzt dann. What? Absolut. No, no way. I still have another slot in my power menu. I wanna fill it with something. Fine. You know what to do. Äh, da komm... Ah, hier. Ah, hallo. Ribchops. Was? Oh, nein. Ich bin hier so'n Digger. Mach' ich jetzt gegrunzel. Haha. Ich glaube, es ist wieder Zeit für... Die Tintakel. Ähm. Tintakel. Was ist denn zu mir? Der ist hier bei mir. TAKE! Was, du bist denn in der Nähe? Ich dachte, du bist noch weiter weg. Ich bin auf dem Dach! Was meinst du, warum ich sei? Komm zu mir! Jetzt hast'n umgeschmissen. Alter! Nein! Jetzt hab' ich dich getroffen, ne? Ja, ich dachte, ich hab' dich getroffen, ne? Ich hab' den Screenshot noch rechts immer. Oh, Mann. So. Alter! Ich glaub' den Tintakel mag er nicht so. Danke! Danke! So, ich hab' das Problem mit dem Ratze-Fatze erledigt. Amerika erledigt alles. Ich hab' Eis in der Hand! Du hast Eis in der Hand! Wuuuh! Nein! Geh' an! Gürz! Ich guck' erst noch mal. Ups! Baf freigeschaltet! Wie Baf! Ja! Was für'n Bach? Was für'n Bach? Was für'n Bach? Was für'n Bach? Lol, was? Ach ja, dann schieß' wir jetzt mit Feuer. Ja, haben wir ja auch ne Feuer Auras? Ja. Ist das geil? Ist das geil? Ich weiß nicht so. Ja. Guck, neue Bach dahin. Ist das nicht lustig? Hallöschön! Ups! Yeah! Burning! Let it burn! Let it burn! Let it burn! Und du auch. Du kannst nicht fallen. Ups! Lol, was? Geht der in die Schachtdown jetzt damit? Anscheinend, ja. Wir haben das Klotspiel geschafft! Ja! Jetzt bin ich Level Up! Welches Level? Ähm, 35 glaub' ich jetzt. Oder 36? Ich muss noch mal nachschauen. Jetzt können wir erstmal... Oh! Begegnung mit der Vergangenheit! Schaffe Klonspiel! Yay! Yeah! Ja! So, also ich geh' jetzt erstmal dahin, Boni. Was hab' ich noch, was ich freischalten kann? Überweisungsgrade erhöhen. So, jetzt sind wir auf jeden Fall... Neue Aufgabe, ja. Ne, ich... Trif' dich auf den Schiff, trif' dich auf den Schiff. White Shade of Pain. Ja. Ne, noch nicht. Trif' dich auf den Schiff. Hier, etwas zu... Zum Beweisen. Äh, beeil dich, um durchs System zu kommen. Ja. Und hier unter Druck. Ups. Falsche Taste. Entschuldigung. Jetzt dann. Äh, ich will erstmal... Jetzt, wo keiner mehr hinter uns her ist, hoffentlich. Waffen upgraden und 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 und. Oh ja, das will ich auch. Stampfer. Also erstmal da Datensammlung reinjagen, was geht. 30. Ja, warte, was kostet die Welt? Ist mir egal. Stampfer lädt nun sehr schnell auf. Was, nur eins? Komm, bei Supersprung und Supersprint kommen da auch noch zwei Fähigkeiten, oder? Weil da so Platz... Ja, wie gesagt, du... Ne, du kannst später übers Wasser laufen. Hier. Sprint übers Wasser laufen und Sprinteile. Yeah. Baff Teamspieler. Ah. Yay. So, dann suche ich mir jetzt mal ein Friendly Fire und tu mal... ... mit dem was machen. Wow, das hat mich jetzt... Naja, das hat zwar ein bisschen was gekostet, aber nicht so viel. Hm. Toll. Na gut. Aber die Datensammlungen sind schon mal ein bisschen vernichtet. Was sind das? Chaoslauf starten. Soll ich mal? Nein. Erstmal Friendly Fire. Oder? Ja, da hat nur irgendwie dein Teil hingeführt. Wie, welches Teil? Achso. Markierung. Ne, sonst vergessen wir das wieder. Erstmal Friendly Fire. Wo auch immer da eins ist. Wo rennst du denn hin? Ich blick... Da ist der Schnatz. Der Schnatz ist wieder da. Ach, ich... einfach wegen der Gegend rum. Vielleicht sehe ich was auf der Karte. Und wenn ich noch was finde, dann nehme ich es auch mit. Ein Friendly... Rechts von dir ist eins. Ja. Habe es gesehen gerade. Zufällig. Habe ich das gesehen. Ganz zufällig. Ja, ja. Ganz zufällig. So. Hey! Hallo! Wir haben schon wieder so einen Kackbalken. Der ist nicht groß, aber er ist da. Ja. Ja, ich... Ich bin beim Schnatz hier. Fast. Schnatz. Ich beseitige ihn. So. Neue Aufnahme ist sehr schön. Deutet auch... Neue Dubstep Gun. Also wir hatten jetzt die Death Metal Variante. Swingtime hatten wir noch nicht, ne? Alter... Wo ist denn jetzt wieder hier... Weiß ich nicht. Ah ja, hier hier hier. Ich bin da...